So, ich bin jetzt auf dem Gipfel von K2. Es ist einfach Reigenwalt hier. Das ist Glück, ich habe das erste Mal hierher zu kommen. Und das zum Leben zu suchen. Es ist ganz etwas zu anders. Mein Herz hat mich einfach vergleitet. Ich habe mir so viel bereitet, hierher zu kommen. Es hat sich brutal ausgezahlt und ich glaube, ich habe es wieder zu mir gewonnen. Und nach sich noch so gut zu fühlen, genau bei dem, was einfach alles für uns selber ist. Ich habe keine Hilfe. Kein 28'000, 6'11' Meter. Ein Traum. Ich habe keine Hilfe bekommen. Hier geht es mit einem Schrauss.